Heute steht Diversity-Ball am Programm. Hashtag Diverse7. Es gibt ja den Gewinner vom Diversity-Ball-Montagswitz, und die sind heute dabei. Ihr werdet sie kennenlernen. Ist ja eklig, ich faulidiot. Ich hab die Karten, ups, daheim liegen lassen. Wie deppert kann man sein, oder? Mal schauen, ob ich trotzdem reinkomme. Ich hab das großes Vergnügen, Ihnen Sonja Kato zu meiner Linken vorzustellen, die aus ihrem Kokon geschlüpft ist, und sich mittlerweile zu einem Vielfaltsschnetter hin verwandelt hat, in einer Kreation von Fräulein Kleiter. Ich hab die Karten bekommen, aber sehr gutte. Ich kriege sie nämlich aus, ich hab die Karten auf! Ja, ich hab die Kreation auf! Ich hab die Karten getut, Ich hab die Karten, ganz gutte. Ich habe das Joll-Ball am Melancholiv-Montagel. Ich hab die Begleiter mit der Kontinung. Ich hab die Karten getutzt. Du hast die W współpringe, du hast die W... Du hast die W, du hast die W, du hast die W. Das Leben kann wie eine Melodie sein. Ja, Leute, das war's, wir gehen nach Hause, es ist spät, der Ball war ziemlich cool. Ja, aber jetzt ist die Musik eigentlich ziemlich leiser geworden. Die Fahrkünste zeigen uns, dass es Zeit ist, ins Bett in die Vertikale sich zu begeben, oder Horizontale, und ich denke... Also Kinder, man sollte nicht Instagram-Stories machen, während man Rolli fährt. Und vor allem nicht, wenn man zu zweit ist, wenn man fährt unweigerlich zusammen. Ja.